Hallo, guten Tag, mein Name ist Matthias Becker. Ich begleite das Rheingau Musikfestival seit den ersten Tagen 1987. Mein erstes Konzert waren die Bamberger Symphoniker im Kloster Eberbach. In diesem Jahr haben wir alle miteinander auch schon eine ausgefallene Saison erlebt und wollen natürlich keine zweite ausgefallene Saison wieder erleben. Und deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir Konzerterlebnisse in kammermusikalischer Form irgendwie umsetzen können, weil der Fürstmodell Metternichssaal natürlich zu klein ist, um ein angemessenes Konzerterlebnis, was natürlich auch mit einer gewissen Wohlfühl-Atmosphäre und einer Menge von Zuschauern zu tun hat, gewährleisten zu können, haben wir im Winter dieses Jahres, des letzten Jahres, die Idee des Konzertkubus in Schloss Johannesberg geboren. Sie sehen hinter mir eine kleine Animation, denn es gibt umfangreiche Vortätigkeiten zu diesem Kubus, um erstmal in so eine Projektierung reinzukommen, denn das Wesentliche beim Rheingau Musikfestival ist ja das Hören. Das Hörerlebnis steht bei uns an oberster Stelle und deswegen haben wir eines der größten Akustikbüros Europas gebeten, uns an dieser Stelle zu begleiten. Und auf diesen kleinen Animationen sehen Sie schon, wie der Kubus am Ende, zumindest nachgebaut sagt man das im Planerdeutsch, daherkommt. Wir haben einen 45 x 20 Meter großen Raum, der auch ein kleines Bühnenhaus hat. Sie sehen an dieser Bestuhlung hier, dass wir auf die Hygieneabstände achten wollen und dass wir dennoch möglichst vielen Menschen Platz gewähren. Und damit wir neben dem akustischen in zweiter Linie auch ein optisches Erlebnis haben, wird in diesem Kubus eine Tribüne eingebaut, sodass wir hinten im hinteren Teil ansteigend auch immer noch den Blick auf die Bühne sehen. Uns ist ja das Wesentliche, dass wir akustisch das Erlebnis schaffen wollen, damit sowohl der Künstler auf der Bühne, aber auch Sie natürlich ihr Erlebnis haben. Schauen Sie mal hier auf diese bunten Linien. Das ist ein sogenannter Grundriss, dieses Kubus und wir sehen hier die Bühne und sehen hier auf der Bühne ein Schallereignis. Sänger, Piano, kammermusikalisches Schallereignis und da werden natürlich Schallwellen im Raum sich verteilen und damit diese Schallwellen sich auch gerichtet verteilen und keine Echos, Sie kennen das, oder keine Überlagerungen stattfinden, haben wir Ihnen im Raum dann die Wände entsprechend modelliert. Die roten Linien zeigen Ihnen, wo der Direktschall, so nennt man das, der so direkt sich an der Wand quasi entlang entwickelt, hinkäme, wenn man diese Wand in gerader Linie bauen würde. Das heißt, wir würden relativ nah schon hier vorne die Schallereignisse enden lassen. Wir haben deshalb im Bühnenbereich die Wände alle um 5 Grad nach innen geneigt, um eine Schallreflexion zu den Zuschauern hin, Sie sehen das an den blauen Linien, noch weiter in den Raum zu erzeugen. Hier an der Seite sehen Sie die Struktur einer Außenwand. Diese Wände hier alle um den Konzertraum selbst haben eine Struktur. Sie sehen hier ganz feine Linien, auch hier die großen Gradzahlen. Diese Wände werden nach innen gekippt unten und werden auch einer schuppigen Art und Weise übereinander gesetzt und in unterschiedlichen Gradzahlen diese verschiedenen Reflexionen erzeugen. Das heißt, eine Reflexion, die auf der Bühne eines Tones, der auf der Bühne entsteht, wird sich an der Wand quasi entlanghangeln, über die Decke dann den Raum füllen. Was natürlich bei einer geraden Ausbildung an der Wand, wenn Sie jetzt sich vorstellen wie Ihre Wohnzimmerwand, die ja eigentlich gar keine Struktur hat, würde das Schallereignis verpuffen und würde sich nicht selbst verstärken. Das wollen wir erreichen. Wir wollen die Akustik so ausbilden, dass sich der Schall selbst verstärkt. Zu guter Letzt haben wir im Raum selbst noch ein so genanntes Deckensegel eingebaut. Sie kennen es vielleicht, wenn Sie schon mal in Johannesberg waren, gibt es ja vorne über der Bühne die Segel, die Deckensegel, die haben wir damals eingebaut, weil nach der Renovierung des Raumes 2011 durch die Brandschutzbeschichtung der Raum sehr stumpf wurde. Sie haben das vielleicht auch noch in Erinnerung, wenn Sie schon länger beim Festival sind. Das Klatschen ebbte sehr schnell ab. Der Künstler hat sich dann so wohl gefühlt und das haben wir mit diesen Schallsegeln über der Bühne, Sie kennen es aus anderen Konzerthäusern auch, natürlich wieder aufgefangen, dieses Verschlucken des Schalles in einer Decke. Sie sehen es hier so ein bisschen, dieses grüne Element wird etwa sechs, fünf, sechs Meter breit sein und wird natürlich einem gegründeten Radius folgen, denn wir müssen, und das ist unsere Aufgabe, das hier in der Mitte entstehende Schallereignis, Sie sehen es an etwas dunklen Strecken, nach außen transportieren, in die Breite des Saales und deshalb brauchen wir diesen Radius, damit eben diese Schallereignisse sich nach außen transportieren. So ist der Plan, so ist die Idee. Wir sind gerade im Bau, die Statik ist gerade in der Prüfung drin und der Stahlbauer fängt an die ersten Teile zu bauen, denn wir haben einen Mix aus hochwertigen Materialien, die sind Naturhölzer, das werden Stahlbauteile sein und das wird auch Glas sein, damit man quasi hier, Sie sehen es so ein bisschen angedeutet, hier in den Seiten, damit man auch nicht unbedingt das Gefühl hat, in einem geschlossenen Raum zu sein, aber so ein bisschen Wärme von außen und ein bisschen Gefühl von außen nach innen zu tragen. Deswegen wird der Raum quasi so eine Holzoptik bekommen. Es wird eine relativ dunkle Decke werden in der Stahlkonstruktion, wir werden einen Holzboden haben, damit wir auch die Reflektionen, die der Boden uns gibt, nach hinten tragen und Sie sehen hier an den Seiten so ein bisschen hier, ein bisschen deutlicher, dass dieses abgekippte Wandelement, was dann eben in dieser unterschiedlichen Gradzahl in diesen drei Feldern, hier oben ist so eine Kante, das ist so eine aufgefaltete Wand, nennt man das akustisch, damit diese Schallereignisse dann da auch in den Raum transportiert werden. Natürlich wird es auch eine Be- und Entlüftung geben, auch das ist das Konzept der Hygiene an der Stelle, so dass wir Frischluft einblasen werden und dezidiert auch diese Luft wieder absaugen können, um dann auch für Sie alle auch eine Atmosphäre zu schaffen, in der Sie sich wohlfühlen. Und das ist die Aufgabe, die wir uns im letzten Herbst gestellt haben. Die Lösung haben wir jetzt auf dem Papier erarbeitet, die sind in der praktischen Umsetzung und Anfang Juni werden wir beginnen mit der Montage und das, ich sag mal neudeutsch, was tricky an der Montage ist, dass wir das Ding natürlich wieder auseinander bauen. Sie kennen es von Ihrem Wohnhaus, das stellen Sie einmal hin, dann steht es. Aber unsere Aufgabe liegt natürlich darin, dieses Gebäude, was es nun mal ist, in Schloss Johannesberg, im QW-Hof wieder abzubauen, im nächsten Jahr vielleicht an gleicher Stelle, an anderer Stelle wieder nutzbar zu machen. Vielleicht wird es auch Thema Expo-Pavillon, vielleicht wird es auch ein wanderndes Objekt durch Hessen hindurch. Das werden wir alles sehen. Es macht es spannend, dieses Gebäude zu entwickeln, denn in der Zerlegbarkeit wird man auch erst erkennen, wie sinnvoll alle Komponenten miteinander zusammengespielt ein Bauwerk ergeben. Und so gibt es ganz viele kleine Details in diesem Raum, die dazu führen, dass dieser Raum für Sie Kammermusik in Schloss Johannesberg beim Rheingau Musikfestival 2021 präsentieren kann. Viel Spaß dabei!